Herzlich willkommen zurück beim DJ Talk und endlich gibt es mal wieder ein neues Video über die Technik oder über Technik allgemein. Ihr seht es hier schon rechts und links neben mir jede Menge Lautsprecher aufgebaut und ja, was sind das für gute Stücke? Wir schauen sie uns in diesem Video mal ein bisschen genauer an und fangen am besten mal hier ganz links außen bei der kleinsten an. Das ist die neue TS408 von Alto Professional. Also das ist quasi eine komplett neue Reihe oder eine, ich sag mal, geupdatete Reihe. Vielleicht kennt ihr schon die TS30 irgendwas. Das hier ist im Prinzip das Update und ja, es sieht optisch ein bisschen anders aus. Man hat die Gitter ein bisschen verändert, generell auch das Gehäuse ein bisschen angepasst. Das Logo hier ist ein bisschen anders eingefasst. Hier gibt es jetzt, wenn die Boxen angeschaltet sind, so einen blauen Rahmen außenrum. Ich finde von der Verarbeitung her, um jetzt gleich mal in die Details zu gehen, wir wollen heute nicht lange um den heißen Brei reden. Ich finde von der Verarbeitung her die Anlagen sehr, sehr krass. Also es ist Plastik, ja. Also im ersten Moment dachte ich so, oh, alles aus Plastik, aber hochwertiges Plastik. Ich weiß nicht, ihr werdet es wahrscheinlich selbst auch kennen. Manchmal gibt es halt so, also es gibt halt Plastik und es gibt Plastik, ja. Manches fühlt sich hochwertig an und manches nicht so. Und ich muss sagen, da hat Alto sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Alto ist ja auch so eine Marke. Da erinnere ich mich noch so ein bisschen an meine Juken zurück. Ich hatte mal so eine Alto Radiostation mit CD-Spieler und was weiß ich noch alles drin. Damals war Alto so die Billigmarke. Ich glaube sogar bei Aldi oder so vertreten. Wir reden aber hier jetzt tatsächlich über Alto Professional. Und man muss sagen, die Anlagen hier müssen sich wirklich nicht verstecken. Wie gesagt, wir fangen hier bei der kleinen links außen an. Das ist die 8 Zoll Variante. Das heißt, wir sprechen hier über ein Top-Teil. Generell auch hier wichtig zu wissen, wir sprechen hier wirklich über Top-Teile. Wir werden gleich so ein bisschen in die Details gehen, auch mit den Equalizer, mit den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Man kann diese Boxen offiziell auch ohne Subwoofer betreiben. Ich muss hier aber ehrlich sagen, das macht keinen Spaß. Also die Anlagen oder die Lautsprecher hier, die klingen wirklich sehr, sehr gut, sehr präsent in den Höhen und in den Mitten. Wirklich klarer Sound. Also ich bin sehr überzeugt vom Klangbild auch. Es hat mich wirklich total überrascht. Und zwar von der kleinen auch bis zur großen hin. Wir haben, wie gesagt, hier die 8 Zoll. Dann habe ich hier, das ist die 10 Zoll Variante. Hier die beiden, die habe ich als Stereo-Paar hier quasi. Das sind zweimal die 12 Zoll. Und hier haben wir noch die 15 Zoll Variante. Preislich findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Ich habe alles in die Videobeschreibung reingepackt. Könnt ihr es euch im Shop anschauen. Und wenn ihr euch für so eine Anlage entscheiden solltet, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr das über den Link kaufen würdet, weil ihr damit natürlich auch den DJ Talk unterstützt. Wenn wir aber gerade beim Thema Unterstützen sind, kleine Werbung zwischendurch. Ich habe einen neuen Online-Shop eröffnet. DJ Outfitters. Hier, dieser Hoodie könnt ihr da quasi auch kaufen. Wir haben ganz viele Motive einfach speziell für DJs entworfen, teilweise auch zugekauft. Und ihr könnt euch da eben aus dem Shop dann quasi verschiedene T-Shirts und Hoodies für Frauen, aber auch für Männer. Oder umgekehrt, für Männer, aber auch für Frauen. Das wäre eigentlich logischer, weil DJ ist ja irgendwie schon so sehr Männerlastig. Ich weiß aber, dass es auch sehr viele DJs da draußen gibt. Und deswegen gibt es bei mir im Store auch Kleidung für Damen. Also wenn du jetzt eine Lady bist und sagst, hey, ich wollte schon immer mal einen coolen Hoodie oder ein cooles T-Shirt haben, dann schau mal vorbei. Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Okay, zurück zu den Anlagen. Wie gesagt, ich klang wild. Ich bin super begeistert davon. Und wie gesagt, ohne Bass machen die Teile hier nicht wirklich so viel Spaß. Auch wenn das durchaus möglich wäre, denn ich drehe jetzt einfach mal eine um. Wir haben hier auf der Rückseite nämlich jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben hier einen 3-Kanal-Mixer verbaut. Das heißt, wir haben einmal Input 1, Input 2 und zusätzlich noch die Möglichkeit, uns mit unserem Smartphone zu verbinden. Das ist auch bei allen Lautsprechern hier gleich. Also diese Einheit hier hinten ist bei allen Lautsprechern gleich. Ihr habt bei allen Lautsprechern die gleichen Möglichkeiten. SE ist hier auch noch ein USB-Port dran. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendein Smartphone hier dran anschließt per Bluetooth und sagt, okay, ich will das Smartphone noch laden, damit das nicht ausgeht, dann könnt ihr das direkt hier über diesen 5-Volt-USB-Port bei 2,1 Ampere verbinden. Und dementsprechend habt ihr auch genug Saft und kommt damit über eine sehr, sehr lange Dauer. Wie gesagt, Input 1, Input 2 ist, denke ich, klar. Da brauche ich nicht viel dazu zu sagen. Kann man umstellen von Line auf Mikrofon. Das heißt, auch da ist man flexibel, ob man jetzt Line-Signale oder Mikrofon-Signale da reinballert. Es ist eine Kombibuchse. Ihr könnt also sowohl mit XLR als auch mit Klinke ranfahren. Und wir haben hier noch einen Ausgang, das ist der Mix-Out, um eben direkt von der Box in eine weitere Box reinzugehen mit dem Signal. Jetzt kommt das Spannende. Wir haben hier oben rechts in dem Bereich die Sub-Size. Hier kann ich einstellen, welchen Subwoofer ich quasi gerade mit dabei habe. Ja, also es gibt von Alto Professional verschiedene Subwoofer-Größen. Wir haben einmal 12 Zoll, 15 Zoll und 18 Zoll. Und wenn keines der Leuchten an ist, dann imitiert dieser Lautsprecher so ein bisschen Bass. Ich betone wirklich so ein bisschen Bass, weil, wie schon gesagt, ohne Bass machen diese Lautsprecher wirklich keinen Spaß. Also da brauchst du schon ein bisschen was dazu, damit man da Freude dran hat. Aber dann ist es auch geil. Also mit Bass kombiniert klingen die Lautsprecher einfach wirklich super geil. Ich finde es auch cool, dass man hier so ein bisschen einstellen kann, welche Bassgröße man denn gerade zur Verfügung hat oder dabei hat. So könnt ihr euch nämlich mit diesen Alto-Lautsprechern ein sehr flexibles Set, sag ich mal, aufbauen. Also ihr könnt euch ja zum Beispiel die 8 Zoll-Variante holen. Ich muss auch wirklich sagen, da kommt extrem viel raus. Ich war da sehr begeistert davon. Zwei 8 Zoll hier von den Top-Teilen und ein 12 Zoll Subwoofer sollte für Hochzeiten mit 80 Gästen locker ausreichen. Und falls dann doch mal größer wird, kann man sich überlegen, ob man halt noch die 12 Zoll-Variante von den Top-Teilen sich zulegt oder die 10 Zoll-Variante und dann halt noch ein 15er Sub. So seid ihr also mega flexibel dahingehend und könnt euch so eine Anlage quasi mit verschiedenen Komponenten auch so ein bisschen zusammenspielen. Das heißt, seid ihr jetzt in einer Location, die zwar groß ist, wo es aber Probleme mit den Nachbarn gibt, könnt ihr dann sagen, okay, ich nehme zwar die 12 Zoll Top-Teile mit, bespeise die aber nur mit einem 15er oder mit einem 12er Bass sogar, dass ich ein bisschen Bass habe, aber nicht ganz so schnell Probleme mit den Nachbarn bekommen. Dann haben wir hier noch einen eingebauten Equalizer Speaker Use. Hier können wir den Equalizer natürlich einmal ausschalten, dann geht alles clean durch. Wir können auf Live, DJ und Custom via App stellen. Das heißt, und jetzt kommt das Spannende, wir können auch unser Smartphone via App mit den Lautsprechern verbinden und bekommen dann die Möglichkeit, eben Equalizer komplett frei einzustellen und auch noch ein paar weitere Möglichkeiten. Und das Thema Bluetooth-Verbindung ist sowieso eine sehr, sehr spannende Sache bei dieser Anlage. Wir haben nämlich hier zwei Bluetooth-Kanäle. Wir haben einmal den Bluetooth-Kanal Stereo Link und einmal den Bluetooth-Kanal, um das Smartphone zu verbinden. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ihr könnt also die Lautsprecher auch untereinander via Bluetooth verbinden. Ich kann quasi sagen, okay, ich habe jetzt hier meinen Lautsprecher A, da gehe ich rein mit meinem Signal und der Lautsprecher B hier, der soll bitte das Signal von diesem Lautsprecher via Bluetooth empfangen. Dann habe ich hier oben rechts diesen Button Stereo Link und hier den Button Pair. Für zum Paaren drücke ich natürlich auf Pair. Für Stereo Link, also für zum Verbinden, klicke ich dann hier diese Stereo Link-Taste. Dadurch verbinden sich die beiden Boxen dann. Kommt auch so ein Piepton und so ein, ja, ich bin jetzt ready. Und dann verbinden die sich und dann könnt ihr quasi mit dem Smartphone an diese Box streamen und die Box leitet das Signal weiter an die und an die und an die und überhaupt. Und hast du nicht gesehen. Also sehr, sehr krass auch, was da möglich ist. Ich habe jetzt hier aktuell noch die vorproduzierten Stücke da, also quasi noch nicht das Endergebnis. Hier muss ich sagen, hat das mit dem Pairing gut funktioniert, aber der Sound kam ein bisschen verzögert aus der Bluetooth-Box raus. Also ich hatte dann die hier als Bluetooth-Variante laufen und es war so eine minimale Verzögerung. Dadurch klang alles ein bisschen hallig, habe ich alles direkt angeschlossen, klang es deutlich, deutlich besser. Aber ich bin mir sicher, dass das jetzt in Zukunft mit den Firmware-Updates dann noch gefixt wurde bzw. wird. Also bis ihr das Video hier seht, sollte das Ganze definitiv durch sein. Ihr seht also, wir haben hier definitiv ein sehr, sehr spannendes Produkt, ein gut verarbeitetes Produkt. Ich muss auch sagen, gerade hier ab der 12-Zoll-Variante haben wir hier zwei wirklich robuste, große Griffe, die sich auch wirklich gut nehmen lassen. Hier an der Seite haben wir auch nochmal einen schönen Griff, womit ich die Box halten kann. Alle Lautsprecher-Varianten haben Anschrägungen an den Seiten, dass ich sie in verschiedenen Winkeln auch als Monitor verwenden kann. Und dafür sind sie sicherlich auch sehr gut geeignet, vor allem auch die kleine Variante hier. Bei der kleinen Variante habe ich so ein bisschen, oder auch bei der 10-Zoll-Variante, so ein bisschen den Nachteil bzw. so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal. Und zwar haben wir da nicht wirklich geile Griffe, um die hier zu tragen. Da ist hier oben so eine kleine Lasche, die ist zwar dafür gedacht, die da zu nehmen, aber das ist nicht wirklich sicher. Also da habe ich irgendwie so ein bisschen Angst, dass mir die aus der Hand fällt, deswegen nehme ich die lieber hier. Täuscht euch auch nicht, was das Gewicht angeht. Wir blenden es mal ein. Die Teile, also gerade die 8-Zoll, da sieht man dieses Gewicht nicht an. Also die hat schon ein paar Kilos. Also das ist schon, da täuscht man sich so ein bisschen. Was ich auch sehr schön, ich glaube, das zeige ich vielleicht auch nochmal hier in die Kamera. Aber was ich auch sehr, sehr schön finde, hier haben wir an diesem Flansch noch so eine Schraube drin. Das heißt, wenn ich jetzt an einem Stativ bin, wie hier dieses Gravity-Stativ, dann würde die Box eigentlich so ein bisschen, ja, nicht so geil drauf sitzen. Und mit dieser Schraube kann ich den Lautsprecher jetzt richtig schön hier fixieren, sodass der auch nicht rumwackelt, sondern hier wirklich stabil und fest drauf sitzt. Was die Leistung angeht, der Endstufen, die in den Lautsprechern verbaut sind, seht ihr das ja schön hier. Ich habe die Aufkleber extra drauf gelassen. Wir haben hier in der 8 Zoll und in der 10 Zoll Variante einen 2000 Watt Amp drin und bei der 12 Zoll und bei der 15 Zoll Variante dann die 2500 Watt. Die 15 Zoll Variante, die ist halt schon echt mächtig, auch schwer. Das muss auch klar sein. Und die 15 Zoll Variante, also die sehe ich dann schon eher auf größeren Bühnen oder Veranstaltungen, wo ihr wirklich, ja, so 300, 400 Gäste habt. Dann kann man so ein Pärchen 15er nehmen und ein 18er Sub und dann, oder zwei 18er Subs. Und dann kommt man damit auch ganz gut über die Runden. Ich hoffe, euch hat das Video bis dahin gefallen. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, die Produkte. Ich kann an der Stelle nur noch wiederholen, natürlich machen wir jetzt im Anschluss noch einen kleinen Soundcheck. Da werde ich alle Lautsprecher mal durchlaufen lassen. Ich möchte an der Stelle aber auch, wie immer, natürlich sehr klar und deutlich ausdrücken, das spiegelt nicht das wider, wie die Anlage tatsächlich klingt, weil ihr eben den Sound über eure Anlage hört. Und ihr hört dann den Sound eurer Anlage und nicht dieser Anlage. Deswegen bin ich eigentlich auch kein Freund davon. Aber wir wissen es ja, es ist ja total wichtig für alle, dass man hört, wie es seine eigene Anlage klingt. Deswegen machen wir das. Die Community will so, ihr kriegt so. Ja, genau. Hört euch die Anlage an. Also bevor ihr euch irgendwas kauft oder so, versucht irgendwo hinzukommen, wo die Anlage, wo man die einfach mal Probe hören kann. Oder schreibt mal mit einem Musikhaus, ob sie irgendwie B-Wache da haben, die sie euch mal zuschicken, dass ihr die einfach mal Probe hören könnt. Das ist bei Anlagen immer das Aller, Allerwichtigste. Ich verweise hier auch auf unser Anlagen-Video, wo es so ein bisschen um Kaufberatung geht. Und ich würde mir niemals eine Soundanlage einfach so blind bestellen. Auch nicht, wenn irgendein anderer Fuzzi auf YouTube da steht und sagt, die ist geil. Ja. Und ja, ich meine damit gerade mich. Sondern ich würde mir eine Anlage immer erst dann kaufen, wenn ich sie selbst mal ausprobiert habe. Wenn ich sie vielleicht auch mal auf einem Gig dabei hatte und einfach mal in Action gesehen habe. Und dann macht es Sinn, sich eine Anlage zu kaufen. Aber wenn ihr wollt, unten sind die Links und jetzt gibt es die Soundbeispiele. Und dann macht es Sinn, sich eine Anlage zu kaufen.